Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wir sind heute wieder beim Infomarkt unterwegs und zwar in Stahle. Und wie es da so aussieht, das zeige ich euch jetzt. Sie bekommen im ersten Jahr der Mitgliedschaft, bekommen Sie die Hälfte des Jahresbeitrags von Beckelreich Engel in der Form zurückerstattet, dass Sie einen Warenbotschein bekommen über die Hälfte des ersten Mitgliedsbeitrags. Und Sie haben die Chance, am Ende des Aktionszeitraums 31.03. können Sie einer großen Verlosung teilnehmen, mit wirklich interessanten Sachpreisen und kann ich Ihnen ans Herz legen. Wir finden uns hier im unteren Teil des Dorfes. Hier unten ist die Sporthalle. Hier ist der Kindergarten mit der Kulturscheune, also relativ zentral gelegen und auch schon mehr oder weniger durch die Kulturscheune vor allen Dingen auch so ein kulturelles Zentrum, wie ich finde. In der Mitte haben wir es hier mit einer Ruhlfläche, die auch angedacht war von einigen Stahlerbürgern, die sich das gewünscht haben, als zentralen Punkt angedacht. Vorher hat man aber auch hier noch Flächen, die die Möglichkeit bieten für Gärtner, für Hochbeeter, für Bärensträucher, für Obstspanierer, also ein bisschen das gemeinschaftliche Gärtner aufgreifen. Hier ist so ein bisschen der Bereich des Ausruhens, das entspannt mit Sitzbereichen, der so ein bisschen abgeschottelt, ein bisschen Ruhe schaffen kann. Und ja, da kann man sich halt ein bisschen erholen, wenn man tagsüber mal einen kleinen Ausflug, kleinen Spaziergang machen will. Ja, mein Name ist Daniel Winkler, ich bin der Geschäftsführer der Batribua Touristik GmbH und wir als Kommune natürlich auch hier im Kreis Höchster und als gräfliches Heilbad, übrigens einziges Privatbad in Deutschland, sind natürlich auch interessiert an der Landesgartenschau, möchten gerne kooperieren und das war natürlich eine tolle Gelegenheit, hier in Stahle jetzt die Personen kennenzulernen und auch den Geschäftsführer kennenzulernen. So wissen wir natürlich jetzt genau, was zu tun ist und wie können wir jetzt natürlich ideal zusammenarbeiten.